Guten Tag, herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Heute üben wir die Wechselpräposition. Wir üben Wechselpräposition mit dem Dativ. Du fragst mit wo? Wiederhole nach mir. Das Laptop steht auf dem Tisch. Wo steht das Laptop? Wo steht das Laptop? Auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Das Bild hängt an der Wand. Das Bild hängt an der Wand. Wo hängt das Bild? Wo hängt das Bild? Das Kind ist unter dem Tisch. Das Kind ist unter dem Tisch. Wo ist das Kind? Wo ist das Kind? Unter dem Tisch. Unter dem Tisch. Der Stuhl steht neben dem Tisch. Der Stuhl steht neben dem Tisch. Wo steht der Stuhl? Wo steht der Stuhl? Das war's zu den Wechselpräpositionen mit Dativ. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us www.barbelia.us Bis zum nächsten Mal. Tschüss!